Wenn du willst, Anna gehört dir. Nimmst du das mein Geburtstagsgeschenk? Worauf wartest du noch? Küsst mich. Es war sogar genau dein Geburtstag, als wir das erste Mal ein Küsttag. Wann triffst du ihn denn, euren neuen Chef? Morgen. Weißt du, wie er heißt? Georg Schmidt. Und nicht unser Georg Schmidt war früher. Ich kenne es noch von der Schule. Er hatte so eine Art Pakt mit mir geschlossen. Das hätte ich fast vergessen. Es gibt nämlich eine Bedingung. Wegen Anna. Wenn ich zurückkomme, will ich sie wieder. Nun, wenn er mit ihr den Pakt geschlossen hat, dann wahrscheinlich, weil er der Teufel ist. Du hast dich nicht verändert. Kommt mir vor wie gestern. Das ist der neue Chef deines Vaters. Und war er es, in den du verliebt hast? Und jetzt, was will er? Dich zurück. Die Vergangenheit kann man nicht ungeschehen machen. Dieser Mann ist der Teufel. Schnell, stolpert mich! Wer fragt dann noch nach den Mitteln? Das ist das Ergebnis. Woher hat mit dem? Untertitelung des ZDF, 2020